Ich bin allergisch gegen Pollen, Katzen und einige Hunde. Bei mir sind es Heuschnupfen, Haustaub, Blumen und solche Sachen. Oskar ist allergisch gegen Katzen, Gräser, Bäume, einige Hunde. Pollen! Pollen, richtig! Wenn ich keine Luft kriege, brauche ich meinen Inhalator. Ja, ihm geht's oft schlecht. Vor allem im Garten, aber auch nachts. Wir müssen jeden Tag Staub saugen, damit alles so staubfrei wie möglich ist. Das ist nicht immer einfach, aber wir tun wirklich unser Bestes. Guten Morgen! Hallo zusammen. Ich möchte Ihnen helfen, ein paar Allergene aus der Luft zu entfernen. Super, kommen Sie rein! Wussten Sie, dass die Luft im Haus schmutziger sein kann als die Luft draußen? Der Philips Luftreiniger entfernt über 99,9% aller Allergene in der Luft. Je sauberer die Luft ist, desto blauer wird das Licht. Wenn wir all die Allergene aus der Luft filtern könnten, ginge es uns sehr viel besser. Ja, und ich könnte meiner Frau mehr Blumen mitbringen. Wunderbar! Das ist eine gute Idee. Eine gute Idee. Guten Morgen! Ich habe super geschlafen! Der Unterschied ist wirklich enorm. Ich musste weder meine Augentropfen noch mein Nasenspray benutzen. Ich brauchte meinen Inhalator sonst jeden Tag. Die Luft fühlt sich einfach sauberer an. Für Oskar war das toll. Er konnte draußen spielen, ohne sich Gedanken, um seine Medikamente machen zu müssen. Aber an einem Abend hat Papa den Luftreiniger nicht angemacht. Er kam in der Nacht zu uns richtig und fragte nach dem Inhalator. Beide Kinder haben gesagt, Mama hat jetzt mehr Zeit für uns. Das ist wunderbar. Vorher musste ich mich immer darum kümmern, dass alles staubfrei und sauber war. Schön zu wissen, dass wir jetzt alle bessere Luft einatmen. Und das jeden Tag. Ja, definitiv. Ehrlich gesagt, wir können uns ein Leben ohne den Luftreiniger gar nicht mehr vorstellen.